Hallo! Hallo! So viel Klischee ist immer zu sagen. Aber ja, fangen wir an! Ich stelle mich gleich mit... Ich sage es, worum es heute in diesem Video geht. Bis gleich! Hey, ich bin Sophia. Meine Kamera steht gerade sehr beschissen. Dankeschön! Danke dir für alles. Wenn du jetzt runterfliegst, dann werde ich angucken. Ich bin Sophia. Ich habe euch gerne Videos. Schau gerne Videos. Heute geht es um 10 Arten von Mädchen. Ich hoffe, es gefällt euch. Irgendwie so knatsch ich mir die ganze Zeit auf die Hand. Aber egal. Ich fange jetzt mal an. Die, die immer schwitzt. Die, die immer schwitzt. Boah! Nee! Ist dein Ernst? Boah, Alter! Ist das warm hier? Boah! Es sieht gar kein Mensch hier drin aus! Es hat 2 Grad hier drin. Ist das dein Ernst? Boah, es ist zu heiß! Boah, es ist warm! Die Zicken! Boah! Ey, meine Fresse! Hast du die schon wieder gesehen? Und du, wenn du's... Ey, du kannst doch gerade nicht einfach unser... Unser Federmüppchen hier... Hast du die schon mal angeguckt? Ja? Und du meinst hier auch, was du... Könntest ihr? Unser Federmüppchen hier leihen ist, was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe, was du eigentlich nicht weggeben solltest. Nicht mal ausleihen! Ja, die Kamera steht scheiße! Nicht mal ausleihen! Boah, ja, Mann! Aber scheiße! Pfff! Gut! Ich mein ja, 5 Arten von Mädchen. Sorry, Unterbringung. Bis gleich! Boah, ich weiß, ich leile schon nichts mehr! Du kannst doch dir nicht einfach sagen, dass sie scheiße und behindert ist! Ey, wie kannst du sowas sagen? Ey, Mann, Alter! Ich hasse dich einfach! Boah! Die Streberin! Okay, ich mach dann mal meine Hausaufgaben. Okay. Ja, wenn 2 Milliarden die Quadratzahl davon ist... 50 Tausend! Wuh, 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 wuh! Ich bin die beste in Mathe! Wuh, wuh, wuh! Und in Englisch auch! Boah! Ich bin... Okay. 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 Wer gewinnt, wenn sie 200... Wer gewinnt, wenn sie 200... Die Oberkuhle! Die Verdukte! 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 Die Verdukte!